Hallo Freunde und herzlichen zurück zu Surviving Mars. Ich würde sagen, in dieser Folge tun wir uns mal einen Rover bauen und zwar einen verganggesteuerten Dozer. Ich will einfach mal sehen, wie der ausschaut. Baut mir das Ding mal. Da gehen die kleinen Wurzler gleich an die Arbeit. Mir fehlt noch ein bisschen was an Elektronik, ein bisschen was da dran. Das sollte ja absolut kein Problem für uns sein. Huch, die Elektronik ist schon wieder leer, wie es scheint. Als ob wir die Elektronik schon wieder bumm leer haben. Ihr könnt mir noch nicht erzählen, dass mir jetzt eine Elektronik für den scheiß Dozer jetzt fehlt. Genau, jetzt war das Problem letztes Mal, dass wir hier keine Verbindung bauen konnten. Und ich glaube, dass immer noch das nicht ausreichend ist. Aber wir können hier so eine Dreieckskuppel vielleicht bauen. So. Okay, da unten ist jetzt gerade der Meteoritensturm anarbeiten, wie es ausschaut. Verfolgen wir den mal. Okay, jetzt ist der da hinten auch. Wir gucken mal auf die Karte, aufs Mittler, weil irgendwas wieder gibt an Missionen. Irgendwie kommen die nicht wieder, habe ich das Gefühl. Ja, der Dozer ist fertig. Cool. Komm. Mal, der nimmt die Gesteinsabfälle mit. Okay. Aber coole Dozer. Wollen wir die Kuppel verbinden? Wollen wir die? Dann tun wir hier ein paar Wohnungen rein. Für die Extraktion von Edelmetallen. Und auch gleich die Elektronenteilproduktion. Weil die können wir brauchen. So. Cool. Und jetzt können wir den Forscher hinschicken. Und sagen, Anomalie scannen. Jetzt ist natürlich die interessante Frage. Kann ich ihm auch sagen... Ebenen. Der buddelt direkt rum. Ihr kriegt auch direkt... ...ein Vorortlager dafür. Der macht sich umherum einfach ein paar Hügel. Wasserchip wurde repariert. 800. Okay, ja, da ist jetzt sowas. Der mitgerüttel schaut, zieht gerade nach da unten. Wenn es blöd läuft, also schießt er dann nach oben. Alter, der ist mal übel. Wait, was war mein Auftrag hier? Ebenen. Äh. Stopp. Nichts Ebenen. Warte mal. Ich hab den falschen Befehl ausgewählt. Hampe. Mach mit. Ich muss das nur einladen. Der kann Tonnen aufladen. Was ist denn das für ein Biest? Ich kann das Forschungsfahrzeug natürlich auch noch da oben fahren. Alter, das Ding hat so viel Kapazität. Das ist doch nicht mehr normal. Der Dozer Rover. Jetzt sagen wir, wir sind da oben entladen. Forschung haben wir gemacht. Gut. Wir haben leider hier nichts weiteres frei, ne? Dann machen wir das Großlager währenddessen, würde ich sagen. Schau mal, wie der auslädt, Alter. Will der mehr mithalten, bitte? So. Unsere Energieressourcen scheinen langsam, aber trotzdem an Menge zu verlieren. Nicht allein schon, dass hier schon wieder Metalle gebraucht werden. Und du jetzt von hier unten Metall bitte holen solltest. Wie sieht das aus? Ja, Pilze werden produziert. Perfekt. Wir sollten auch in Nahrung wieder zunehmen. Konnte erforschen. Da hinten haben wir auch noch ein paar Punkte. Ist natürlich cool jetzt. So ist einiges mehr möglich. Die Drohne wurde repariert. Perfekt. Die sind auch fertig. Bedeutet, wir machen jetzt hier für das ganze Zeug Durchgänge. Okay, ne, das geht nicht. Anomalyse gefunden. So. Dann haben wir da die Verbindung. Ah, genau. Nachts wird das jetzt richtig übel. Dann schauen wir mal nach Energie. Die großen Windräder, die brauchen auch Maschinenteile und Wartung auch eklig. Fusionsreaktor muss ich mir freischalten. Und die Fahrer ist, das braucht der zum Arbeiten. Fusionsreaktor ist, das ist, wenn wir das mal an Prio setzen. Das ist doch eigentlich positiv, oder? Neue Anomalien. Das ist doch gut. Wenn alles gut läuft, kann man mit den Anomalien relativ viel noch herausfinden. Wie läuft's hier? Ja, der braucht noch ein bisschen... Ah, der Dozer, der hat mich jetzt... Also, der Dozer ist mal so das absolute Highlight. Ganz ehrlich. Der Dozer ist überraschend heftig. Der planiert... Also, der taugt mir richtig, der Dozer. Durchbruch entdeckt. Ne, was war denn das jetzt so, was der Durchbruch war? Durchbruch. Die Leichen toter Kolonisten werden in Nahrung umgewandelt. Okay, das ist natürlich cool. Ich brauche Nuklearfusion, ehrlich gesagt. Ich brauche Nuklearfusion. Das wäre super toll. Ach so, und du bist vollgeladen mit... ...Metallen. Und sollst die bitte da... ...Oben ausladen. Ja, der Belagerbestand ist... ...tausend Anomalien erhalten, das ist gut. In der Nachtsverbruch halt so extrem viel. Und das ist aktuell... Oh, die gespeicherte Kapazität ist. So, die fahren die einzelnen Dinger wieder hoch. Neufe zur Operation. Natürlich. Okay. Starte hoch. Ich brauche noch eine Rakete. Und zwar aktuell mal... ...nur mit dem Zeug. Ich brauche es einfach. Das ist mein Problem. Ihr habt jetzt... ...einiges an Ressourcen schon. Kann ich mit Shift sagen, wie viel mehr davon bauen? Ich brauche die mal, bitte. Einsatzleitung Locken... ...Locken Nummer 35. Bis heute vermutet man, dass Eis-XV außerhalb von Laboren nur auf Eisplaneten und Eismonden vorkommen würde. Wir haben soeben seine Existenz auf dem Mars nachgewiesen. Eis-XV ist ein extrem dichter Zustand von Wassereis, das in extrem kalten Umgegungen unter hohem Druck entsteht. Wie sich herausstellt, konnte sich aufgrund der einzigen geologischen Geschichte des Marses eine kleine Menge Eis-XV unter der Kruste bilden. Auch wenn wir kein großes Wasservorkommen gefunden haben, würde diese Entdeckung für Aufruhr in Forschungskreisen sorgen und die Aufmerksamkeit auf unsere Bemühungen auf dem roten Planeten lenken. Unsere Sponsoren haben uns umgehend Werkzeuge geschickt, um mehr über die Effekte der marsianischen Geologie und Entstehung der unterirdischen Eis-Vorkommen zu erfahren. Effekt erhalte 500 Millionen Geldmittel. Perfekt, dann schicken wir dich jetzt nach hier. Schau dir mal die Anomalie an. Wir hoffen, dass bald unser Kollege runterkommt. Der Strombedarf ist halt mächtig. Jetzt ist der Zustand Nacht. Ah, ich hasse es. I hate it. Ja, du kannst auch abheben rein, theoretisch, ne? Wir lassen dich abheben. Wir lassen dich abheben. Ihr habt es auch noch nicht irgendwie fertig bekommen. Der arbeitet doch noch, oder? Von dem haben wir auch noch tonnenweise. Was haben wir noch betont? Ich weiß es nicht. Drei Planetenanomalien wurden gefunden. Ergebnis unbekannt. Aha, wir haben nichts mehr. Super. Aber ich kann die runterschicken und kann die danach verwenden. Haha. Das ist doch schon etwas wert, oder? Ah, drei Planetenanomalien sind schon mal gut. Ich muss tagsüber über 190 plus machen. Neue Anomalie gefunden. Uh. Was sind hier eine neue Technologie helfen könnten? Das ist gut. Und das ist auch in dem selben Bereich. Das ist positiv. Das ist sehr, sehr gut. So, die Elektronikteile sollten dann fürs Erste hoffentlich reichen. 108 Stück. Lagerraum ist voll, was? Leute, habt ihr mit Metallen nicht zum Abräumen, oder was ist los? So, wir bauen jetzt nochmal hier. Das nächstes großes Projekt. Das Riesenfeld. So ist unser fähig gesteuerter Commander. Drohnen starten. Dann helfen die mit. Jetzt werden die alle hier gebaut. So, jetzt verlieren wir zwar verdammt viel Metall gerade. Aber morgen werden wir so an Strom produzieren, dass es sich gewaschen hat. Genauso würde ich gerne... Verringert die Kosten von Physiktechnologien um 10%. Okay. Ähm. Ich stelle hier noch einen zweiten hin von denen. Vorstand auf Nuklearfusion. Das ist gut. Eine Drohnenfabrik ist natürlich auch geil. Aber... Es ist noch viel geiler als Untersturm. Du kriegst jetzt wahrscheinlich Geld, aber... Wir stellen den hier hin. Der Letzte unserer Leben. Ruhe, Frieden, mein Freund. Ruhe, Frieden, mein Freund. Du kannst in drei Solz drei Stunden eine Planetenanomalie. Okay. Ähm. Ja, das tun wir verhindern. Wir nehmen... Forschungsvorschritt. Fernsehbarkeit der Doser. Bereit. Schicken. Handel beginnen. Wir schicken 50 für... Wir brauchen zwei Raketen. Wir brauchen wieder Raketen am Boden. Frachtrakete. Schicken ein bisschen was davon mit. Und dem haben wir immer wenig. Ein bisschen was davon. Rakete starten. Und dann starten wir gleich die nächste Frachtrakete. Wo ist denn die blöde ferngesteuerte Doser? Ach, die Zeit ist angehalten. Wo wurde denn die Zeit angehalten? Ich weiß gar nicht, wo es die letzte ferngesteuerte Doser war. Ah, sie ist schon los. Weg und tschüss. Ah, die habe ich nicht weitergeschickt, ne? Gleichzeitig würde ich zum Bau gerne Edelmetall-Extraktor hier hinstellen. Von denen hätte ich dann gerne gleich mal zwei. All die können wir gut brauchen. Weil mit Maschinenteilen können wir natürlich auch Geld machen ohne Ende. Drohnenschwarm abgeschlossen. Was war Drohnenschwarm für eine... Drohnenschwarm, Drohnenhaupts werden mit zwei zusätzlichen Drohnen gebaut. Und das Maximum von Drohnen wird auf 80 erhöht. Das ist natürlich gut. Automatisiertes Lager. Neues Gebäude Lager. Mehrere Lager, in denen große Mengen an Ressourcen gelagert werden können. Sie müssen jedoch gebaut und mit Strom versorgt werden. Das kann auch direkt mal hier ran. Wir versuchen jetzt den Bereich zu erforschen, damit ich die blöden Drohnen kriege. Was für uns... Also für mich die Logistik ein bisschen vereinfacht. Und das wäre so ein bisschen... Ja, doch wichtiger würde ich sagen. Und irgendwie warten darauf, dass sie Energie kriegen. Gut. Der scannt. Weil die Raketen sollten bald auch hoffentlich landen. In zwei soll es... Tut Blue Corporation... ...messer forschen. Wie schaut es bei dem aus? Hier ist aktuell ein Mitarbeiter, der noch da ist. Oh, da ist wieder einer da. Guck mal. Wir schicken gleich alle mal runter. Dann... Durchbruch, ferngesteuerte Erkunder. Ah, die drei müssen alle erst tanken. Tank die Dinger voll. Natürlich, ich habe einen erst mal alles rausgeholt. Aber natürlich, die ersten paar Tanker sind natürlich auch gleich dabei. Perfekt. We've just confirmed the location of a metal rich deposit. Ein Metall-Lager wurde gefunden. Ja, das ist... Hat das so ganz schlecht? Das sind zwei nebeneinander. Wo war ein anderer Punkt? Da hinten. Das ist ein paar Materialien. Scannen bitte mal den Bereich. Low-G-Antrieb wurde erforscht. Russland bietet nicht mehr für... Okay, das hat sich jetzt erledigt. Jetzt ein paar Materialien. Ich hoffe mal, dass eine meiner Maschinen-Glemmer vollgetankt ist. Sovon müssen die ja gar nicht getankt sein. Gut. Die nächste geht gleich mal auf... Expedition aussenden. Let's go. Also der Ferngestellter Kunde tut grad forschen, ne? Ja, lass den da so schnell machen. Das geht sich noch aus. Die anderen sind auch ready. Bedeutet, das Savant-Projekt wartet auf Ankunft des... Was? Expedition aussenden. Los geht's. Schicken. Dann schicken wir zu Blue Corporation. Drohnen stehlen, Technologie stehlen. Kolonisten rekrutieren, Gebäude zu beten und die Fortschritte... Ah, ne, ich wollte eigentlich Kontakt aufnehmen. Ah, gut, dass ich das auch machen kann. Handel beginnen. Das machen wir. Schicken. Hat der es mittlerweile geschafft, oder was macht der noch dann? Ah, jetzt hat... Das ist ja direkt weg. 50 neue Bewerber sind auf der Erde verfügbar. Uh. 50 ist eine ordentliche Zahl. Das darf man, äh, nicht... Falsch sehen in dem Fall. So, mittlerweile machen wir... Schaut gut aus. Gespeichertes Strom befindet sich bei 2000 fast. Wir haben noch nie mal den Nuklearreaktor erforscht. Aber jetzt hat... Oh, jetzt kommt er. Sehe ich eigentlich, wie viel er da macht? Habe ich das überbeachtet? Standardproduktion 200. Der braucht natürlich ordentlich Mitarbeiter, ne? Automatisierte Hubs. Die Pflicht endet nie. Wir haben die Unfallstelle einer anderen Expedition entdeckt. Anscheinend hat eine unbekannte Kolonie ein schlecht vorbereitetes Expeditionsteam an diesen Ort geschickt. Ihre Ausdrückung hat versagt, deshalb haben sie es nicht mehr nach Hause geschafft. Wir konnten die Überreste einiger Kolonisten identifizieren, die ihr Leben im Einsatz verloren. Vergraben wir sie und schlachten wir die nützliche Ausrüstung aus? Das wäre geil. Äh, bringen wir die Überreste hierher. Wir werden sie gebührt begraben. Ne, ne. Alter, das brauche ich. Mir scheißegal. Ich brauche das. Alter, was ich jetzt schon wieder geforscht habe. Das ist ja... Huhu. Batterieoptimierung und danach die Rover-Kommando-KI. Der Ferngestelle startet mit vier zusätzlichen Drohnen und erhöht das Kommando-Lit auf 12. Schaltet die neue automatisierte Modus für Ferngestelle der Kunde und Transporter frei. Cool. Wie gesagt, ich könnte den ganzen anderen auch hier. Automatisierte Hubs. Die Drohnen und Hubs benötigen keinen Strom mehr. Sie müssen nicht mehr gewartet werden. Das wäre schon geil. Aber ich will halt das jetzt alles haben. Automatisierte Lager. Batterieoptimierung. Bla, bla, bla. Meteor kommt? Was? Neue Handelsroute. Ich habe gerade wenig Metall. Produktions-Posal. Da hinten ist wahrscheinlich gar kein Name am Arbeiten, weil da auch nichts zur Verfügung steht. Hier wohnen aber ordentlich viele. Der arbeitet. Stromerzeugung 730. Also insgesamt. Wir schicken euch mal wieder zum Boden zurück. Wir können das wahrscheinlich brauchen. Was ist das Ding? Ah ne, den muss ich noch unterholen. Okay. So. Aber Leute, ich würde sagen, das war es für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Aaaaaah. Woo. Everything changes. Woo. Bis zum nächsten Mal.